So, ich nehme jetzt wieder die Böller mit und Ergai Oku. Warum? Lisa ist doch jetzt dran. Ich würde übrigens keinen Killer spielen, weil ich es absolut nicht kann. Jeder muss mal dran. Ich kann es nicht, ich habe es einmal probiert und ich habe so gnadenlos versagt mit dem Doktor. Ja, auf jeden Fall, das war gestern oder vorgestern, keine Ahnung. Ich wollte vor Michael die Böller fallen lassen in Kill Your Friends, damit er... geblendet wird. Michael dreht sich um und Oku ist voll geblendet. Ich bin geblendet und er habe Taschenlapen und versuche den grad Wert zu blenden. Alles klar. Oku, was war besser? Bindung oder Einfühlungsvermögen? Bindung. Ja, aber Einfühlungsvermögen hast du gesagt, ich weiß wirklich, wo jeder ist. Unbegrenzt, ja. Naja, aber Bindung hat schon so eine Hochreichheit. Also ich habe ganz am Anfang habe ich mit Einfühlungsvermögen gespielt. Und dann ist Overtop, aber jetzt spiele ich nur noch mit Bindung. Ja, aber Bindung hast halt nur 36 Meter, aber Einfühlungsvermögen. Ja. 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 Ich habe jetzt einen Hauptschlüssel mitgenommen. Kannst ja eine Karte mitnehmen. Herr Zluke. Nein. Wenn schon Haken sabotieren. Lass mal zwei Leute Haken sabotieren, einer Schlüssel, einer Karte. Naja. Zwei haben ja schon eine Kiste. Ja, aber lass lieber Oku die Geste machen. Ohne Kevin kann es auch machen, sabotieren. Mal Kevin das auch macht. Kevin? Ja, ja. Kevin? Was? Welcher? Du? Ah, schon erledigt die Frage. Also ich könnte... Nimm mal bitte Karte, Mensch. Die Karte, okay. Die Regenbundkarte, ne? Regenbundkarte, ja, ja. Ah, okay. Mensch. Weil ich habe extra eine Kiste jetzt mitgenommen für die Generatoren. Ja, brauchst du nicht. Wir versuchen jetzt alle durch Lupe zu kommen. Aber jetzt klappt der, wenn der Killer immer hört, ne? Weil unser Plan ist. Ja, ja. Ich hätte jetzt kommt doch sowas wie Franklins Niedergang gesagt. Ja, deswegen. Das ist voll blöd eigentlich. Oh, Leute. Warum macht ich da eine Eiche rein? Ich hatte eigentlich eine Eiche drin. Nein, hattest du nicht. Doch, ich bin jetzt eine Eiche angezeigt. Ja. Ich hab schon... Du kannst es mondlich. Von Grundefeuer. Halt die jetzt, zwei Hattenbär? Ja. Boah, shit, Alter. Plan wird nicht aufgehen. Ja, weißt du nicht. Boah, das mit dem Chris, das war natürlich genau geplantes Timelack. No. Ja, das mit dem Haken. Wer war das, den ich da angegangen habe? Oder wieder gespawnt ist. Kevin. Nee. Das war... Ja, doch. Kevin war das. Ich hab da drauf gehofft, dass der wieder spawnt, ne? Oh, die Tat ist ja richtig geil. Kann ich sagen, ob ich ein Kind zu Hause hätte. Vollsichtig, ey. Okay. Du musst dir die Haken alleine machen. Ich finde hier nie Haken. Soll ich mal machen? Warte? Guck mal nach. Nee, nee, noch nicht. Nein, benutzt du. Falte kann. Falte kann. Falte kann. War mir klar, dass die alte mit der kommt. Hallo, Hexe. Sie hat nicht mal Ruinen drin, ne? Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Ja, gut. Wenn ich ehrlich bin, sie weiß, auf wen sie gehen muss. Ach, falsch geblasst. Mann, ich bin so dumm, Alter. Meine Fresse, Alter. Boah, der Haken ist ja noch 99 gewesen. Ich bin so behindert manchmal. Die Falle macht sie vor mich. Wie ist das eigentlich? Wird der Haken resettet, wenn jemand dranhinkt? Nein. Ach, nee. Okay. Hacke. Alter, Mann. Alter... Laptier kurz. Hey, wirklich? Boah, bu cuerp극ional eydi. Die Feuerküste. wie sie nicht mal mit uns spricht sondern sich konzentriert der hand ist auch die karte wir haben die gleich nicht mehr ich sag doch gerade was er gesagt zeigt mal die karte bitte dass ich habe es noch mal gemacht ja ich wollte eigentlich sagen die karte nicht mehr was ich habe verstanden ich habe so was wir verstanden gezeigt mal die karte noch mal ich höre aber nichts die sind ganz dahinten noch aber es gibt immer das zu essen der kleine ohne scheiß ich habe gerade nicht mal herzschlag hören können da ich halt videos gerne aus diesen folgen machen würde ist das auch ziemlich schwierig gleich ich werde sie trotzdem hochladen aber dann hat man hat ein kind hallo ich weiß nicht wo ich bin überhaupt einmal ich bin jetzt noch sitzen geblieben aber trotzdem ich gehe in den generator zack ich weiß ja direkt wo ich bin ja also das bringt mir gerade die zeit dass ich mal gehen kann tschüss lisa hilfe wenn du rennst daran ja das war ich nicht beabsichtigt weil ich sie nicht eigentlich das okay ich glaube ganze zeit verletzt hier rum also ich komme mich dazu nicht zu hören da habe ich jetzt keine ahnung da habe ich echt keine ahnung doch ein mir alle vor mir wir haben wir hier wir wir ja 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 die sparte drückt Nicht so weit brennen, Chris. Warte, warte, kurz. Ich muss mal kurz gerade warten, weil ich wahrscheinlich jetzt umkippe. Dieser Verhalten ist unter mir nicht gerade her. Das ist schon nicht schlimm. Ja, doch. Der eine auf der Bahn ist ja gespawnt. Nein, der ist nur 90. Ja, hier ist der nächste Haken gespawnt. Der ist gespawnt. Hallo, ich muss ja gerne raus. Hinter dir. Alter, komm ich nicht. Mein Gott, Alter. Kompli, ich kann checken. Die sind alle auf 99 hier in der Ecke. Generator. Ja, trotzdem muss ich jetzt nochmal abgehen. Ja, jo. Cool, ich bin tot. Echt? Ja, zweimal schon, ja. Ja, ne, eventuell kommt ja noch was. Ja, sie... Obwohl, Moment, nein, ich hing jetzt einmal. Drück er eins. Ja, tu ich doch. Die kann... Die kann nichts machen. Ey, woher weißt du, dass ich da stande? Ja. Darum lässt sie ihn doch wahrscheinlich liegen. Dieser, der jetzt einfach auf den Haken warten tut. Ja, der ist aber gleich vorgehalten. Nicht komplett ein. Ja, genau. Nicht komplett ein. Ja, genau. Nicht komplett ein. Ja. Alter. Drück er eins. Ja, der ist schon dabei. Der Haken dauert drei Minuten, Christian habe ich gerade erst gekonnt. Er geht's auch. Schafft er nicht? Jeitor. Ich hab's nicht. Ein rechter Haken. Soviel zu dem Thema, das schafft er es. Ja, siehme zu dem Thema, der schafft er es. Was machst du mit der Karte, Mensch? Lass die Karte aus. Weil ich nachgucken wollte, wo der nächste Gen ist. Ich weiß es ist nämlich tatsächlich nicht mehr. Ma, wie hast du mich denn jetzt wiedergefunden hier, ey? Meine Fritz, ich lebe genau in den Killer rein, Alter. Ach, fuck you. Ach, voll. Ja, mach in Ruhe, jetzt Zeit. Ich hing jetzt einmal, geh dich erst mal heilen, Hort. Ich hab mich nicht heilen. Ja, da hinten, geradeaus, lauf. Mit deinem Rücken geradeaus. Ganz dritten. Ja, ganz recht. Weißer recht. Recht, da links. Mit ihr am Arsch. Ach so. Ach so. Scheiße. Er macht beide gerade einen generator, ich spreche dich bitte ab. Ich geh. Wer macht denn noch einen? Ich geh, ich geh, ich geh. Okay, meiner ist jetzt nämlich bei zwei Drittel. Ja, meiner war in meinem Drittel, alles gut, naja. Mitte kriechen gleich. Der Drittel. Da ist voll behindert, wenn der Killer in der Grupp-Party ist. Das macht ja keinen Sinn. Aber es geht uns, glaube ich, alle nicht rum. Ja? Ja? Ich glaub schon. Ich glaub schon. Lass stehen, Kevin. Hm? So. Hi. So, jetzt brauchen wir Luke, Jungs. Erstmal schnell, Kevin, äh, Chris helfen schnell. Und Kevin muss die Karte jetzt, Luke finden. Ja. Warte, ich will ja nicht sagen, aber sie haben jedenfalls. Boah, Kevin, wow! Ja, das weiß ich. Ja, und alter, fick dich, alter, nöt. Ey, ich wollt blocken, alter. Ja, ey. Ey, wie nöt, alter. Hey, Mama ist auch schade so oft benutzt. Kevin, mal. So, du hast offen. Alles für den Arsch. Ja. Wer hat denn mal geschafft, ey. Du musst von da hinten an kriechen. Kevin. Boah, Alter, ohne Time. Hä, ich hab halt nicht drin. Ja. alle macht die rätselig ich habe die luken gefunden jawohl warte schulden ich bleibe dahinten stehen hol den kevin ran und kevin folgt mir gleich gedruckt die kommt jetzt rennen gleich um dein leben wenn wir zu dem einen ausgang welchen nicht du der andere links kevin hinter dir ist die luke ganz auf einer seite ja die ja ich bin tot egal ich finde keinen haken wo ist denn der haken ja aber den teilen du bist trotzdem in instant bade der kriegt dich nicht der kriegt dich nicht helf dir mal bitte schnell ja aber den teilen das totem ist auch noch aktiv geh zur wand kevin kevin blickspray sie habe ich ich glaube sie ist die base hm ja ich schaff es nicht ich schaff es nicht passt sie auch nicht er hat keinen oku du sagst ich nicht ich schaff sie nach rechts nach rechts haltet noch ein kleines bisschen ja geradeaus ganz ganz kleines bisschen geradeaus was rechts rechts hier ja geradeaus kommt alle zu luke alle zu luke wo ist die denn da er kommt mit ein familientherr ich bin neben dir ich bin neben dir kevin rechts soll ich rein ja macht die luke aus einer nach dem anderen geil alter das nöt hat es fast versaut hat er schwarz gemacht das war echt eine schöne runde das war richtig geile runde das hat echt schwarz gemacht also ich war voll am lecken bei mir